Tada! Gut. Bis gleich. Cashy rennt. So. Ich lass aber auf Just Chatting sicherheitshalber, glaube ich. Ja. Weil wir wissen, solche Spiele ziehen komische Leute an. Ähm. Ich hab auf jeden Fall Schummel eingestellt. Was war denn da? Genau. Sprache hab ich auf Deutsch gemacht. Ich hab auf Familientauglich gestellt. Weil wir sind ja ein Familientauglicher Channel, oder? Und, ähm. Obszönitätsfilter hab ich auf strikt gemacht. Damit ihr keine obszönen, ähm. Kommentare in Chat postet. Oder was auch immer. Ja. Keine Ahnung. Auf Deutsch hab ich halt umgestellt. Und ich habe, ähm. Erweitertes Zeitlimit gemacht. Wegen Stream Delay. Hab ich gemacht. Und Untertitel hab ich eingestellt. Damit jeder auch was versteht. Halt schauen. Theoretisch gibt's noch Passwortschutz und so. Ich hab keine Ahnung. Ich glaub, das brauchen wir da aber nicht wirklich. Das können wir natürlich auch machen. Obwohl das natürlich nichts heißt. Wenn wir... Weil auf Twitch gibt's auch Leute, die... ...waffelig sind. Ich mach einfach mal so. Wenn's zu schlimm ist, dann brechen wir einfach ab. Abbruch. Abbruch. Ich glaub, ich muss mich nur auf die andere Seite schieben. Wenn ich das richtig in Erinnerung hab. Ich hab' mir noch auf die andere Seite schieben. So. So ungewohnt mit dem neuen Model. Oder? So. Äh. Äh. Meine für Switch-OLED ist noch ungebraucht. Spiele auch nur Handheld-Modus. Okay. Na dann. Wir spielen eigentlich nur auf dem Fernseher fast. Obwohl Flynn hat manchmal Handheld-Modus. Jetzt nicht mehr. Jetzt hat er dann seinen Monitor angeschlossen. Hm. Jetzt hacke ich mal die ganzen Wassermarsch da ab. Gut. Vielleicht, bis Heschi dann zurück ist, werde ich eine ganz, ganz Mini-Pause machen. Auch. Und bin dann gleich wieder da. In ein, zwei Minuten. So. Nur eine ganz, ganz kurze Pause. Und dann werden wir uns das anschauen. Alle Leute können sich schon mal bereit machen. I'm back. Ja, super. Jetzt ist Heschi wieder da. Jetzt hab ich gedacht, jetzt nutze ich ganz kurz die Zeit, um... fünf Sekunden wegzugehen. Aber eigentlich ist es wurscht. Mach mal nachher eine Pause. Danach irgendwie. So. Kein Stress, mach dein Päuschen. Na so dringend war es jetzt nicht. Ich hab nur gedacht, ich nutze die Gunst der Stunde. Jira hält durch. Mit Red Bull, ihr wisst doch. So. Wir probieren das einfach mal aus. So. Euer Lebensweg hat euch zu Survey Scramble geführt. Meinungen sind wie Fidget Spinner. Alle haben irgendwie welche? Und man fragt sich langsam, wieso? Jackbox TV. Es warten die unterschiedlichsten Spiele, die auf euch. Zack. Schaut sie euch mal an. Den Code eingeben. Den seht ihr nicht? Das ist das Geheimnis. Damit ich als erstes joinen kann. Oh. Hab ich verschrieben. So. Gut. Bitte sehr. Ihr wisst nicht, was ihr wählen sollt? Wähle für mich. Nehmt euch diese Entscheidung ab. Und mit Tour spielt ihr einfach alles. Einfach in eurem Browser oder was auch immer ihr habt. Handy oder irgendwas. Den auf Jackbox.tv geben. Und dann den Raumcode eingeben. Ja. So. Was wollen wir haben? Hoch, Tief, Schnell, Schnell, Kästen oder einfach Tour-Modus? Ich würde sagen, wir machen einfach mal Tour-Modus, oder? Trash, Evo und Heshy sind schon mal da. Schauen wir mal, ob noch jemand eintrifft. Wer hat noch Lust? Wer will noch mal? Wer hat noch nicht? Kommen sie jetzt. Kommen sie herbei. Noch haben sie die Chance mitzumachen. Ich hab extra mein Handy aufgeladen. Kira wählt den nächsten Spielmodus aus. Oh, das ist aber cool. Das bin ja ich. Wir warten. Was für Fragen? Auf dem Handy hab ich nichts. Ich kann auswählen den Spielmodus. Ich kann auswählen den Spielmodus. Ah, okay. Sammelt ihr schon Vorpunkte oder was? Das ist ja frech. So, King ist da. Hobi, wie schaut's aus? Oder ist der schon wieder weg? Mia? Lust? Jetzt legen wir einfach los. Drei, zwei, eins. Dann geh ich hoch. Let's go. Ach, jetzt muss ich das da nur irgendwie alles organisieren, dass ich was sehe. Da. Hopp. Mein Model. Mein Spiel. Wo ist denn das da? Mein Handy. Let's go. Spiel starten. Hoch, tief. Wählt ein Thema. Das Thema bearbeiten wir. Trefft eure Wahl. Ah, wir dürfen alle wählen. Wörter mit vier Buchstaben, Kindheitsfiguren oder Seriencharaktere. Die Frage ist, was für Serien sind damit gemeint? Fangen wir jetzt mal neutral an. Ich nehme Wörter mit vier Buchstaben, aber schaut mal was. Seriencharaktere, ja fantastisch. Mit einem Wort eine Figur aus einer Serie, die dir in Erinnerung geblieben ist. Bei Hochtief wollt ihr die best und schlecht platziertesten Antworten finden. Versucht für den Anfang eine der höchst platzierten Antworten zu erraten. Gebt euren Tipp auf eurem Gerät ein und drückt auf Abschicken. Ähm. Die Frage ist, was für Serien sind gemeint? Gebt daran. Harte Versuche dürfen nur ein Wort lang sein. Keine Ahnung. Ich habe mal irgendwas gewählt. Alle Antworten sind eingegangen. Als erstes kommt. Yay. Ich dachte, was ist der... Ich kenne schon nicht schlecht. Oh. Mitten ins Schwarze. Das ist nicht schlecht. Gargamel. Ich dachte, was ist der durchschnittlich bekannteste Anime, den es gibt. Hochplatzierte Antwort zu erraten. Bitte jeder nur ein Kräu... Wort pro Rateversuch. Okay. Gebt euren Tipp ein und drückt auf Abschicken. Mach mir einfach weiter. Wenn ihr Wörter kombinieren wollt wie Hochgebirgs-Profi-Jodel-Diplom, ist das ausnahmsweise in Ordnung. Denkt nur bitte daran, dass es etwas sein sollte, was andere auch eingeben würden. Okay. Die Frage ist, wie viele Antworten gibt es da? 300 oder bis wohin geht das? Ist ja der Wahnsinn. Familien-Duell-Deluxe. Ohne Familien. Folge-Antworten liegen mir jetzt alle vor. Ewo ist nichts eingefallen. Das sieht vielversprechend aus. Na super. Ich dachte, okay, was passt noch gut dazu? Oh nein. Jo. 50-50. Jetzt wollt ihr eine der unbeliebtesten Antworten finden. Denkt an etwas Beliebtes und stellt euch dann das Gegenteil vor. Ähm. Ähm. Keine Ahnung. Wie viel Zeit hat man, hat eh ein bisschen Zeit. Ähm. Das ist unbeliebt. Ah ja. Das ist unbeliebt. Ah ja. Keine Ahnung. Hm. 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 Ähm. Ich weiß nichts. Ich weiß nichts. Ich schreib einfach irgendwas. Ich hab keine Ahnung. Alles gibt's nicht. Keine Ahnung. Ah, auch nicht. Ah, tsch. Was ist das? Was gut. Ballon. Gar viel. Oh. Nicht schlecht, nicht schlecht. Mir ist nix eingefallen. Alles, was ich eingegeben hab, war nicht drin. Das war wahrscheinlich viel zu unbeliebt. Jetzt hätte ich gern noch eine weitere Unbeliebte. Oh Gott. Ah ja. Okay. Okay, ähm. Was gibt's noch? Äh, es gibt nix. Ich hab jetzt irgendwas eingegeben. So. Hoffen wir mal, dass nicht jemand daran gedacht hat. Damit ich nicht wieder so schlecht liege. Folge Antworten liegen mir jetzt alle vor. Was ist das Ergebnis? Was? Schaut gut aus. Oh. Uh. Du liebes Läschchen. Das ist gar nicht mal so gut. Äh. Oh nein. Alles, was ich eingegeben hab, war nicht da. Es ist urgut. Gut. Okay. Was denkt ihr, ist weiter oben auf der Liste. Entscheidet euch jetzt. Sandy Cheeks? Na, wie ist es für euch gelaufen? Das kommt halt drauf an, wen sie befragt haben. Das kommt halt drauf an, wen sie befragt haben. Und jetzt scheint die Sonne genau in meine Kamera. Schnell, schnell. Ich habe drei handverlesene Kategorien für euch. Okay. Bitte jetzt ab. So. Ich habe gewählt. Jetzt habe ich auch einen Stern. Mwahaha. Hashi hat einen Stern. Irgendjemand muss noch wählen. Also gut. 288 antworten. Schnell Aufdeckung. Wie viel von der Liste könnt ihr aufdecken? Ihr kämpft dabei gegen die Zeit. Könnt aber durch korrekte Antworten mehr davon erhalten. Okay. Fangen wir an. Let's go. Ah, ich habe mich verschrieben. Ah, ich habe mich schon wieder verschrieben. Kann ich schreiben? Ich kann wirklich nicht schreiben. Was ist denn mein Handy? Warum schreibt er immer was anderes? Ich. Ähm. Na super. Ähm. Ähm. Ah, mir ist noch was aufgefallen. Ich habe keine Ahnung. Pommes. Pommes war, glaube ich, das zweite, was ich gewählt habe. Nach Geld. Boah, das Handy ist dämlich. Was? Es geht weiter. Ähm. 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 Ähm, ich weiß ja nicht, was schon genannt wurde. Habe ich geschrieben? Super. Keine Ahnung, wo ist es? Ähm. Oh. Schnitzel? Das fand ich nicht. Ähm. Ähm. Was kann man noch machen? Boah. Ähm. Boah. Wasser. Auf dem Handy ist es echt schwer. Dauernd macht er irgendwas anderes. So, noch mehr. Wie, Hasbando ist nicht auf der Liste. Entschuldigung. Kult ist auch nicht auf der Liste. Boah. 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 Musik. Aber ich weiß nicht, ob das gegolten hat. Aber ich weiß nicht, ob es nicht so gut ist, ob es nicht so gut ist. Oh, okay. Habe ich alles gegeben. Ja. Okay, wir machen weiter. 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 Boah. Genießt jetzt bitte diese... Döner. Okay. Kira immer nur Essen, 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 Urlaub, Sushi. Ein Wärmebett. Oh, naja. Oh, naja. Oh, naja. Frauen. Evo will Frauen haben. Ich wusste es. Gleich mehrere Ehefrauen. Es wird nicht besser. Es wird nicht besser. Ja. Evo hat ein Favourite, womit er sich gut auskennt. Sicher Schlagermusikwörter. Okay. 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 Möchtet, könnt ihr. Möchtet, könnt ihr auch wechseln. Okay. Genau. Wie, dass es fair ist. Na Gott. Let's go. Piktaktor? Die höchst platzierte Antwort in einem Kasten sichert ihn, sodass er nicht stibitzt werden kann. Tada! Der Kasten wurde gesichert. Schauen wir mal. Eine Antwort, die höher im Bereich steht, führt zu einem stibitzen Kasten. Stibitzi? Was konnten dann Trash Evo und Hashi da? Die Antwort kommt vor, aber nicht hoch genug, um zu stibitzen. Ich habe Angst jetzt, wo ich die neuen Dinger habe, dass ich die verliere. Die kabellosen Bluetooth-Kopfhörer. Ähm... 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 Kann ja nicht sein. Entschuldigung? Das ist etwas, was jemand uroft überlegt. Aber ich weiß nicht... Ähm... So, man muss was auswählen. Ich dachte, man muss einfach immer... Ah, ich habe immer nur geschrieben und das ist dann immer... Und dann? Der geht nicht. Kann ich nichts vorschlagen? Der geht nicht. Kann ich nichts vorschlagen? Der geht nicht. Ich bin verwirrt. Okay. Okay. Oh... Oh... Ich bin verwirrt. Oh... Keine Ahnung. Der Kasten wurde stibitzt! Ich konnte Geldbörse nicht auswählen. Ich habe das vorhin geschrieben. Jetzt kann ich Sachen auswählen. Ah, okay. Ich habe null Ahnung. Okay. Ui, immerhin. Oh, das ist gut. Genau, King, du bist jetzt dran. Oh. Spiel, Satz und Seh. Yay. Tic-Tac-Toe. Ich bin voll verwirrt. Bounce. Hier sind drei ellenlange Listen, aus denen ihr auswählen könnt. Grüne Neuner. Wählt etwas aus. Die Würfel sind gefallen. Oh oh. Oh Gott. Ihr wollt das Team wechseln? Nur zu? Ihr werdet schon sehen, was ihr davon habt. Wollt ihr das Team wechseln? Toll. Hört einfach. Zeit zu bouncen. Bewegt euer Paddel über den Bildschirm, indem ihr die beliebtesten antworten und die unbeliebtesten erratet. Macht euch schon mal für das Spiel warm, indem ihr ein paar Tipps abgebt. Wie? Das ist nicht auf der Liste. Hä? Hä? Egal was ich gedrückt habe, nix war drauf. Okay, jetzt bin ich voll aus dem Konzept. In diesem Spiel kann man Antworten wiederverwenden. Wie man kann Antworten wiederverwenden? Ich bin voll verwirrt. Das Spiel geht bis zu einem Stand von fünf Punkten. Ich bin voll verwirrt. Ich bin voll verwirrt. Ich verstehe das nicht. Hallo Chili, willkommen. Ich bin voll verwirrt. Ich bin voll verwirrt. Ein Team ist noch einen Punkt vom Sieg entfernt. Irgendwas. Ich verstehe das nicht. Irgendwie muss man am beliebtesten und am unbeliebtesten machen. Normalerweise sollte man dieses Ding hin und her fahren. Ja. Bei mir auch nicht. Was für ein Sandwich? Das ist einfach das Letzte, was man rauchen sollte. Rauchen sollte. Ja. Ja. Das ist das 413. Das wunderbar alte. Robi konnte Würther vorschlagen. Okay. Rounds ist glaube ich der unbeliebteste Modus. Wenn man das verstehen würde, was man machen muss. Wie ist das laut? Die Umfragen mit 10 bis 20 Fragen geht. Das hat null Sinn gemacht bei mir auch. Keine Ahnung. Ging alles gut. Der normale Modus hat mir am meisten Spaß gemacht. Die beste Antwort sticht hervor. Das ist bei uns der Clou. Seemobs. Das habe ich geschrieben. Bei den unbeliebtesten. Niemand hat Seemobs gewählt. Im Datenüberbrust. Okay. Möchte noch jemand mitspielen? Ich gehe mal wieder zurück zum Menü. Falls ihr wieder mitmachen möchtet. Eure Möglichkeit. Willkommen zu Survey Scramble. Falls ihr bisher nur Top 10 Listen in haushaltsüblichen Abgabemengen erlebt habt, könnt ihr euch jetzt auf etwas Unvorstellbares gewusst machen. Der Code ist OGAV. Das Spiel verwendet unsere Listen auf verschiedenste Art. Schaut euch alle Spielmodi an. Ich bin hochtief. Ihr seid herzlich eingeladen, an einigen Umfragen teilzunehmen, während ihr in der Lobby seid. Das kommt alles in unsere Datenbank. Schnell schnell war auch gut. Nur war alles gemischt. Das ist das, was wir jetzt gerade gemacht haben. Da war einfach alles gemischt. Zu viel Auswahl. Wähle für mich. Nehmt euch diese Entscheidung ab. Und mit Tour spielt ihr einfach alles. Tobi muss noch den PC starten. Du kannst doch vom Handy aus spielen. So. Jetzt geht die Sonne gerade unter und es wird finster. Unter. Leuchte Mond. Kira. Total. Wollt ihr hochtief oder schnell schnell haben? Hochtief? Gut. Machen wir hochtief. Dann warten wir noch auf Tobi. King, mach's wieder mit. Machen wir den Hochtiefen-Modus. So, jetzt ist mein Gehirn ein bisschen eingegroovt, aber auf jeden Fall darauf. Evo beantwortet Fragen. Oh oh. Ist es zu laut? Aber wenn der Sound zu laut ist, müsst ihr mir das sagen. Okay. Dann mache ich ein bisschen leiser, aber ich glaube, es sollte passen, theoretisch. OGAF, oh ja, sorry. Der Raumcode ist O-G-A-F. Okay. Okay. Tobi ist da. King, machst du mit? King passt, okay. Na dann starten wir einfach, oder? Let's go. Wir machen hoch, tief. Wir diesmal viel zu viel lernen. Stimmt jetzt ab. Was sind das für Themen? Okay. Evo macht das Licht an, sehr gut. 333 Antworten, etwas was nervt. Okay. Okay. Okay, Top-Antworten. Gebt euren Tipp auf eurem Gerät ein und drückt auf Abschicken. So. Denkt daran, die Rateversuche sollen nur ein Wort lang sein. Ein Wort lang. Alle Antworten sind eingegangen. Mal sehen, wie ihr euch geschlagen habt. Nachbarn ist gut. Boah. Raucher sind das Nervigste, was es gibt. Das ist nicht mal ein solides Ergebnis. Furchtbar. Das sieht viele Menschen aus. Ich habe versagt, in jeglicher Hinsicht. Eieaa. Okay. Versucht jetzt noch eine weitere hochplatzierte Antwort zu erraten. Bitte jeder nur ein Wort pro Rateversuch. Wie? Gebt euren Tipp ein und drückt auf Abschicken. Geigen, Koffer, Natur. Geigen, Koffer, Natur. Schleimer, verwende Jackbox als Rateversuch, wer hat das gedrückt? Oh, Chef ist gut. Aber niedrig. Koch? Okay. Jetzt wollt ihr eine der unbeliebtesten Antworten finden. Okay. Was wäre zum Beispiel eine Antwort, die vermutlich nur wenige Menschen gegeben haben? Ähm. Boah. Alle Antworten liegen jetzt vor. Was ist das Ergebnis? Hausaufgaben? Direkt in der Nachbarschaft. Au. Tobi kriegt jetzt nur noch Babybrei zu essen. Nicht schlecht. Du meine Güte. Bei Sommer musste ich an Tobi denken. Was findet Tobi nervig, aber niemand sonst? Was? Immer keine Katzen. Also, jetzt hätte ich gern noch eine weitere unbeliebte Antwort. Ähm. Okay. Schauen wir mal. Das könnte relativ hoch sein. Oder auch nicht. Ich weiß es nicht. Hauptsache, ich habe was geraten. Das ist das Wichtigste. Alle Antworten sind eingegangen. Yay. Mal sehen, wie ihr euch geschlafen habt. Oh oh. Oh oh. Oh oh. Oh oh. Oh oh. Oh oh. Internet. Liegen. Sind schon nervig. Vor allem diese kleinen Mini-Fliegen. Nein, 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 nein. Uff. Hey, aufgeholt. Trotz der schlechten. Zu guter Letzt erhaltet ihr jetzt zwei Auswahlmöglichkeiten auf euren Geräten. Was denkt ihr, ist weiter oben auf der Liste. Tritt eure Wahl. Arbeit. Unzuverlässigkeit. Eine gute Frage. Schauen wir uns mal die Ergebnisse an. Hm. Oh. Ein Himbeersaft. Dankeschön. Na super, ich habe Krach geschrieben statt Lautstärke und das hat nicht gezählt. Ähm. Ich habe trotzdem gewonnen. Sternchen Kira. Yay. Ihr seid jetzt wieder in der Lobby. Ihr erinnert euch doch bestimmt noch an sie. Was steht als nächstes an? Was steht als nächstes an? Nochmal hoch, tief oder schnell, schnell? Was ist nicht, was ihr wählen sollt? Wähle für mich. Nehmt euch diese Entscheidung ab und mit Tour spielt ihr einfach alles. Na, Tour will ich nicht nochmal machen. Wow, zweiter. Was zweiter für mein erstes Mal. Wollt ihr hoch, tief oder schnell, schnell haben? Wir stimmen ab? Okay. Aber wir können alle aussuchen. Okay. Okay. Drei Themen mit jeweils hunderten Antworten. Wählt etwas aus. Also gut. Spielelemente. Okay, let's go. Schnell Aufdeckung. Wie viel von der Liste könnt ihr aufdecken? Ihr kämpft dabei gegen die Zeit. Könnt aber durch korrekte Antworten mehr davon erhalten. Fangen wir an. Bitte? Bitte? Was kommen da an Antworten so rein? Oh. Jetzt? Hilfe! Bereit für mehr? Dann mal los! Noch mehr! Oh. Na, super. Oh. Hilfe, ich hab mich verschrieben. 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 Einige gute Sachen. Hilfe, ich hab mich verschrieben. Wasser? Keine Ahnung. So, drei Leute sind für hochtief. Möchte noch jemand mitmachen? Bitte melden, bitte melden. Urgaff ist der Code. Drei, zwei, eins, null. Hirschi will nicht mehr. Na komm, einmal können wir noch machen. Eine Runde, oder? Eine Runde hochtief. Let's go. Welches Thema bearbeiten wir? Bitte was? Was klingt für euch interessant? Keine Ahnung. Attraktive Eigenschaften. Let's go. Zeit, die beliebtesten und unbeliebtesten Antworten zu raten. Okay. Schauen wir mal. Reinkarnationswünsche. Die Frage ist, was wäre da gefragt worden? Ist hier sicher? Ich möchte, ich möchte als Wending Machine wieder geboren werden. Oder so in der Art. Man weiß es nicht so genau. Die Antworten liegen mir jetzt alle vor. Schauen wir uns mal die Ergebnisse an. Bling. Exzellent. Aber sowas von. Sag ich ja. Er ist wieder geboren als Wending Machine. Oh. Oh. Nicht schlecht. Oh. Immerhin war es noch auf der Liste drauf. Mhm. Ähm. So. Ich habe geschrieben. Häsi. Peschi ist eine Wending Machine und kann nicht mehr schreiben. Oder er knobelt, um den besten Begriff zu finden. Wir werden sehen, wir werden sehen. Oh. Alle Antworten sind da. Schaut gut aus, aber nicht sehr gut. Oh doch. Aussehen. Lächeln. Mir ist nichts eingefallen. Einfühlsam. Nicht dramatisch. Erratet die unbeliebteste Antwort. Ebo, da hättest du jetzt auspacken können, gell? Was ist nicht attraktiv? Was ist nicht attraktiv? Oder nicht attraktiv genug? Warte, ich schreibe jetzt was Lustiges. Schau mal, ob es das gibt. Nee, gibt es nicht. Ähm. Auch nicht auf der Liste. Okay. Wie? Das gibt es auch nicht. Was ist denn da sonst noch auf der Liste? Bitte. Bitte. Ich habe so viele Dinge eingegeben, die alle nicht gingen. Das ist das Einzige, was ging. Na klar ist das hoch. Ich habe alles gemacht. Von Füßen, über Geruch, über musikalisch. Nix. Oh nein. Ah, super. Füße. Okay, noch etwas gibt es. Ähm. Bitte, das gibt es auch. Nicht. Ähm. Boah, ich habe was gefunden, was sich eingeben lassen. Aber es wird wahrscheinlich auch relativ weit oben sein. Halleluja, ich sag's euch. Das Spiel mag mich nicht. Hm. Eure Antworten liegen mir jetzt alle vor. Was ist das Ergebnis? Na super. Kommen wir mal. Wutig, okay. Frisur, okay. Nicht ganz das, was gefragt war. Das ist gar nicht mal so gut. Das sieht vielversprechend aus. Na Gott sei Dank. Ja. Na Gott sei Dank. Ich habe mal etwas gefunden, was man eingeben hat können. Aber was nicht viele Leute anscheinend gewählt haben. Was denkt ihr, ist weiter oben auf der Liste. Entscheidet euch jetzt. Plopp, plopp. Sagen wir mal. Wie ist es für euch gelaufen? Und? Ah. Biep. Enthüllen wir jetzt zum Ende. Die Top Ten. Rommelwirbel. Brrrr. Selbstbewusst und empathisch. Okay. Rommelwirbel. Vierersternchen. Yay. Dumme Umfrage. Möchtet ihr noch eine Runde machen? Oder? Okay, Heshi ist weg. Heshi hat genug. Wer möchte nochmal? Wer hat noch nicht? Oder wollen wir was anderes machen? Oder wollt ihr lieber chillen? Eure Wahl. Daumen hoch. Daumen runter. Eure Wahl. Eine Runde Pummelparty höre ich gerade von der Seite von Evo. Wenn Heshi und King dann bereit wären. Würde sich genau dann noch ausgehen. So ziemlich. Eine Runde. Weiß nicht. Ist King noch da? Oder möchte jemand anders pummeln? Mein Freund hat da geschrieben. Er würde mitmachen. Pummel, Pummel, Pummel. Der Heshi ist jetzt auch nicht da. So. Okay, King ist bereit für Pummelparty. Dann machen wir das so. Heshi wollte eh, glaube ich, auch. So. Gut. Dann danke ich schon mal allen, die mitgemacht haben. War ziemlich lustig. Das können wir demnächst mal wieder spielen oder so. So. Zack. Dann verlassen wir das Spiel. So. Yay. Pummel, Pummel, Pummel. Switch, switch, switch. Switch. Wir haben übrigens doch andere coole Hintergründe gemacht, gell? Tada. Tada. Wer ist besser? Aber nehm. Ich werde halb unsichtbar. Mein Hals. Von meinem Hals. Also um meinen Hals herum sind meine Haare. Gott, bitte. Das habe ich auch noch. Meinen Inazuma Hintergrund, den habe ich wieder gefunden. Und den habe ich noch gemacht. Heshi ist wieder da. Heshi, wir haben beschlossen, wir spielen Pummelparty. Wenn du noch möchtest. Neues. Okay, passt. Machen wir das. Da, 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 da. Wo ist denn das? Da, 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 da. Vielen. Hier sieht es aus. Möchtest du mit Voice oder ohne spielen? Wir können gerne mit Voice machen. Gehen wir mal weg. Ich gehe mal zum Weihnachtsmarkt. Viel Spaß, Tobi dabei. Wir können dann gerne mit Voice machen. Gehen wir dann einfach zu Evo rüber. Passt, aber jetzt mache ich eine ganz, ganz kurze Pause. Bevor wir loslegen. Zack. Passt. Kurze Pause. Ihr könnt ja schon mal alles vorbereiten. Und ich bereite dann den Rest vor. Und wir legen dann gleich los nach der Pause. Oder? Passt. Kurze Pause. Bis gleich. Bis gleich. Bis gleich.